Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Ähm, was hab ich nicht? Diamant. Leider. Diamant hab ich. Ich wollte nichts mitnehmen! Das war meine Maschine! Das ist wohl nicht so gut. Ich wollte nichts mitnehmen. Aber deine Maschine wollte was mitnehmen. Achja, ich hab übrigens das mit dem Fossil hier mal ausprobiert. Ich hatte mir mal so einen Pinsel gemacht, du brauchst wirklich für ein Fossil einen Pinsel. Und dann musst du ein Minispiel spielen. Und wenn du das nicht gewinnst, dann war alles umsonst. Ich werd nichts mehr klauen. Äh, wenn du die einmal verärgert hast, dann kannst du nur einen anderen Planeten... Ich darf aber nicht mit abziehen. Das ist den Leuten egal. Du kannst jetzt nur von dem Planeten fliehen, zu einem anderen Planeten reisen und dann nochmal zurückfliegen und dann hoffen, dass sie sich beruhigt haben. Ansonsten ist das doch für dich jetzt Geschichte. Oder sie alle umbringen. Oder so. Wenn du das hinkriegst. Es ist nicht einfach, aber es ist nicht 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 machbar. Es ist nicht einfach, aber es ist nicht 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 machbar. Und meine ganzen Sachen liegen jetzt ganz verstreut auf dem Planeten. Okay. Egal. Ich hatte kurz... Doch, ich hatte meine Durasieger drin. Ja, dann hol die mal lieber ab. Ja, ja. Ich will ja auch nicht... Ich muss sowieso da liegen. Da steht ja mein Dingsbums. Dingsbums. Na hier dieses, was ich darf. Oh, ich spawne trotzdem unter der Erde. Ja, weil dort der Spawnpoint nun mal liegt. Aber wenn du oben einer Dings gesetzt... Toll. Ich habe, glaube ich, gerade etwas Pech. Vielleicht. Ja. Wieso geht denn jetzt das Licht nicht mehr bei der... Äh, jetzt geht das Licht nicht mehr an. Ich pack dir mal was in den Schrank. So. Hm. Boah, jetzt habe ich nicht mehr gegessen. Oha. Das auch nicht. Ich höre dich schießen. Ich habe nicht geschossen. Ich kam auf den Planeten und habe jemanden schießen gehört. Und du bist fast tot. Aber nichts mehr zum Heilen. Ups. Ich muss was essen. Ich habe noch Seifen dabei. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Na vor dir. Hä? Wo bist du? Beim Spawnen. Also da in dem Loch. Da, ich höre dich. Ja. Warum sogar? Ah. Nein. Warum auch immer da das Licht nicht an ist. Wenn das Licht zu dran enden wäre, würde das gehen. Aber das geht nicht mehr an. Ach, das ist dein Pinguin, der hier rum ballert. Das Licht müsste eigentlich, ich muss das Licht angehen. Wäre das mal jetzt woanders, oder? Ich will dir gerade Heilung zuwerfen und du verschwindest. Nee, ich bin nur ein Stück Lave um das. Hm. Weiß nicht, ich muss da ein neues bauen scheinbar. Hier. Meine Heilung, die trinnt sich. Ich zeig dir den Stab mal. Der ist doch cool. Ja, sowas machte meine Wolke auch. Ja. Der ist cool. Hier, ich fäng ihn dir. Ui, ich hab wieder seinen Stab. Man ist weg. Du musst ihn dir da abholen, bevor er weg geht. Da, wo dein Pinguin steht. Pinguin weg. Weil ich hatte den eben wieder eingesammelt, deswegen musste ich den... Uh, der ist cool. Das ist ein Einhandwerfer, also wenn du nochmal so einen kleinen Stab findest, kannst du noch einen zweiten dazu nehmen. Puh. Der verbraucht auch plus 3 Energie dadurch. Und hält relativ lange dafür. Wie gut. Und wenn du mal Licht brauchst? Guck, jetzt ist das an, siehst du? Ach so, ja. Ja, jetzt lockt es wahrscheinlich die Tierchen an. Genau, aber das muss komplett voll sein. Das darfst du halt nicht gleich abholen. Ach so, das dauert also. Ja. Na, ist ja auch nicht schlimm. Oh, du hast ein unschuldiges Tierchen ermordet. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh, was ist das hier? Im Haus das war mal was. Das hab ich mitgenommen. Das hab ich mitgenommen. Oh, gucken wir auf der... Ja gut, ich... Der nächste Gegner gehört hier. Alle gegen die Wand. Ich will einfach mal gucken. 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 Ach da. Ich musste den Vogel wegmachen. Der hat mich genervt. Hier oben ist ne Quest. Ja, die will ich aber nicht. Okay. Hier ist noch kein Gegner. Ich bin das lustig mit ner Wolke durch die Gegend zu rennen. Hier ist ein Gegner. Der kommt gleich runter. Oh, du hast ihn verbrannt. Dein Pinguin war schneller. Soll ich die hier rauslassen? Die kämpfen auch. Nein! Okay. Ich geh da hoch. Die Spolen uns sind. Ich will meine Sachen nicht mehr noch wollen. Achtung, hier oben ist einer. Okay. Also, man muss... Gut, das Ding war ne Falle. Hast du Schaden bekommen? Nein, ich war ausreichend weg. Jetzt hab ich zwei Neckis und zwei Nuckis. Oh, da flog ein Viech vom Berg. Ich hab Wookie mitgenommen. Wo bist du denn? Um. Weitergelaufen. Bin hier. Ach so. Oh, ich dachte eben, wo kommt er? Ich dachte, das wäre ein Meteorit. Erschreck mich doch nicht. Ich wollte dir nur zeigen, wo ich bin. Ja, war ja auch gut. Aber ich hab gedacht, da wären Meteoriten. Weil die gibt's ja auch auf einigen Planeten. Da probier aus. Oder hast schon. Hast schon. Und? Ja, also du musst in Sicherheit stehen können. Weil beim Lauf... Ist für fairen Kampf gedacht. Aber ansonsten ist es ganz cool. Dann kann ich das so auslöschen. Oder? Kannst du nicht? Das kann nicht. Könntest du. Mhm. Das Lustige ist... Bei diesem Spinnenboss, diese kleinen Viecher, die kommen, die haben mir 21 Schaden gegeben. Und seitdem ich gestern die Rüstung gemacht hab, geben sie mir nur noch 5 oder 3. Ich krieg nur noch 3 bis 5 Schaden von den Viechern. Ey, so ne Ziege hab ich auch. Irgendwo mal gesehen. Die musste ich mal besiegen für ne Quest. Oh man, die sind alle One-Hit bei mir hier. Ich kann gar keinen fangen. Ich hab da noch zwei Wellen. Ich will einen fangen. Hallo? Oh, die sind friedlich. Ich... Dann sind sie vielleicht auch gegen mich wieder friedlich. Ja, sonst hätten sie schon angegriffen. Ich wollte ja gar nicht mitnehmen. Bingoin, du bist doof. Ja, in so nem Dorf hab ich ganz viele Quests gemacht und deswegen hab ich jetzt Vögel. Bei mir. Ähm. 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 Nicht halten sie aber an. Ja, dann hat sich dieser eine hier nicht beruhigt. Aber ich hab den nicht getan. Mann. Er ist weg. Ich hab nicht mal Schaden bekommen. Hä? Ich hab nicht mal Schaden bekommen. Ich hab's doch für viel Fahrrad. Wir müssen das Dorf ausrotten. Die bekämpfen uns jetzt immer. Ja. Oh, wie ich sehe, hast du die Geheimtruhe noch gar nicht geholt. Ja, die Tür ist... Na wie denn? Die haben mich doch angekreubert. Ja. Der kämpft gar nicht mehr, der Typ. Egal. Mach mal. Weil ich grab mich zu der Geheimtruhe durch. Oh, hier ist ne Tech Card drin. Möchtest du die haben? Hä? Dann nehm ich die Tech Card hier erstmal mit. Nimm mal mit. Ich hab welche. Tech Card hab ich. Und dann dann mehr. Ja, dann kannst du halt noch mehr Techniken freischalten. Ey. Das hab ich dir getan, Weg. Du hast eh keine Chance. Nein. Oh, hier ist Alarm. Mein Hand juckte gerade sehr. Ich scanne mal alles ein hier. Gibt's ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne, weil die bei meinem Dorf nicht waren. Oh, hier stehst du. Gibt's eingestrennt? Ich auch. Komm, wir starten und hier unten sind noch so eine Diamanten für die Wand. Falls du die noch nicht hast. Ja, man. Die achten, die soll man nicht. Die Lichter. Die hier. Hast du die schon? Ja. Du hast nix gesehen. Ja, das ist genau. Jetzt macht sie alles kaputt. Du hast nix gesehen. Ich greif mich doch nicht einfach an. Zum Glück ist das nicht mein Dorf. Mein Dorf ist friedlich. Ich hab einen Stein abgebaut. Ja, den darfst du aber nicht. Ja, und das war das Problem. Ey. Ich erlöse dich. Hier oben hab ich einen Stein abgebaut. Toll, ich hab ne Errungenschaft bekommen dafür, dass ich jemanden umgehauen hab. Hier oben hab ich einen Stein abgebaut. Ja, hier darfst du aber nichts abbauen. Auch nicht aus Versehen. Denn wenn... Denn sind alle... Na gut, jetzt ist es eh egal. Aber ich mein' ja nur. Oh, dann kann ich auch abbauen. Ich will das Ding da. So, du kannst den Stein haben. Ich will die Schnappen, die Klipper. Ach. Noch mehr von den Diamantgläsern. Na, wollte ich dann. Die hätten alles andere behalten können. Echt mal. Ich glaube, wenn wir die umhauen, denn die sind das Problem. Weißt du das? Was? Die sind doch nicht die Dorfbewohner. Nein. Die haben hier hinterher und rufen die ganze Zeit Sicherheitsbeamter. Echt? Ja. Ich glaube, wenn wir die nicht haben, passiert uns auch nicht so. Hier oben sind nur noch Gongs drauf. Nee. Wieder runter. Gongs hab ich nämlich schon. Ja. Auch kein Gong. Vorsichtig beim runterkommen. Da wartet schon einer. Oh, ich muss mich heilen. Hier kannst du ernten. Auch du kein Ei? Ich hab noch was da. Du kannst ruhig ernten. Ich hab auch. Ich hab glaube ich 37 mal Reis jetzt. Ah, der ruft auch die Garze. Du musst das ganze Dorf kaputt machen jetzt. Weil die rufen auch die Garze. Jeder Bewohner. Du musst alles. Alles leer machen hier. Die rufen nämlich alle um Hilfe. Oh, hier sind deine Sachen. Hier oben. Da. Da. Da oben und da unten. Da oben und da unten. Hä? Haha, dein Flammschaden und mein... Du bist해�est. Du bist der Flammschaden und dein Flammschaden.